Einen von den Aposteln finde ich besonders sympathisch. Thomas, dessen Fest wir heute feiern. Die Frommen sagen ja über den, der war doch ein Zweifler. Aber ich glaube das nicht. Das war nur einer, der mal offen und ehrlich die Fragen ausgesprochen hat, die alle anderen auch haben. Ob das überhaupt stimmt, das mit der Auferstehung. Ob wir wirklich nach unserem Tod weiterleben. Das war einer, der wollte selbst etwas erfahren. Nicht nur vom Hörensagen glauben, der wollte was anfassen können, der wollte was erleben. Und ich finde total sympathisch, dass Jesus gerade dem begegnet und dem eine Antwort gibt. Interessant dabei ist nur, dass Jesus sich nicht mit ihm zu Hause im Wohnzimmer trifft. Sondern, dass er ihm begegnet, als Thomas mit den anderen Aposteln zusammenkommt. Wäre Thomas nicht zu dem Treffen mit den anderen Aposteln hingegangen. Er hätte keine Antworten gekriegt. Ob man nicht deswegen doch mal ab und zu in die Gemeinschaft der Glaubenden in die Kirche gehen sollte. Auch wenn man viele Fragen hat. Auch wenn man manches bezweifelt. Heute am Fest des Heiligen Thomas bete ich für alle, die unsicher sind. Die in ihrem Glauben wanken. Die nicht genau wissen, ob das alles so stimmt. Ich bete darum, dass sie Fragen stellen und dass sie Menschen begegnen, die ihre Fragen beantworten. 22 Uhr auf DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar. 23. 22.